So, willkommen zu einer neuen Folge... Was ist das denn? Zu wild, möchte kämpfen. Weg ist er. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Max out Monday. Wir wollen wieder einen Titel Pokémon maxen in 100% auf Level 50. Das habe ich bestimmt und 5 Vorschläge aus der Community, die ihr gemacht habt unter dem letzten Video, werden wir maxen. Da gucken wir gleich rein. Ich habe letztens, ja, da war ja Arctos da. Da konnte man Arctos ja in den Krypto-Rates begegnen. Ach, das ist ja immer noch da, habe ich ganz vergessen. Das geht ja die ganzen 3 Monate des Season lang. Da habe ich ein paar Bonbons noch gesammelt und habe mein 100% Julchen, also mein 100% Glücks Arctos gepusht auf Level 50. Das ist fertig, das ist fett, das ist komplett. Und ich habe damals leider die anderen Kando-Vögel verpasst. Jetzt sind die ja da gewesen und ich habe die Zeit genutzt, bei den anderen Vögeln auch noch die Bonbons voll zu machen. Da momentan Regieleki in den Raids ist, in den legendären Raids, und das ja ein Elektro-Pokémon ist, habe ich mir gedacht, machen wir heute Zapdos, dass wir den nächsten Kando-Vogel auf Level 50 haben. Puschen den jetzt hier, 438 WP kriegt der noch dazu, 3987. Das ist schon eine Wucht, das ist fett, das ist viel. Da muss noch Level 50 dran in 100%. Der sieht gut aus. Den können wir jetzt hier reinhalten, denn das ist das Titel-Pokémon, was ich rausgesucht habe. Das heißt, nächste Woche würde ich dann also das Lavados maxen. Könnte ich jetzt schon, aber dann sieht es im Titel halt wieder so viel aus. So, Regieleki habe ich kein 100er bis jetzt, XL auch nicht. Es gibt es ja auch nicht in Shiny. Ich mache jeden Tag meinen täglichen Raid-Pass. Ich lasse es ruhig angehen, bis das mal in Shiny da ist, dann könnte man mehr machen. So mache ich das immer. Wie ihr das macht, könnt ihr ja reinschreiben. Und jetzt guckt mal mal in die Kommentare, was ihr reingeschrieben habt. Denn unter dem letzten Video stand, DJ Maxi Raupi wäre nett. Raupi müsste man eigentlich aber schon wissen. Raupi ist auf jeden Fall fertig. Wir haben Raupi auf 50. Wir haben Safcon auf 50. Und wir haben Smetbow auf 50. Da kann ich leider nichts mehr machen. It's Baulo, sagt den Baulo. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich ein Pokémon mal Baulo genannt habe. Jetzt müssen wir mal hier reingucken. Geben wir einfach mal die 18 ein. 4 Sternchen und 18. Nee. Da habe ich nämlich nur die Pokédex-Nummer. Ich habe also kein Paulo-Pokémon. Aber Paulo ist aus meiner Freundschaftsliste geflogen. Letztens entweder wegen Inaktivität oder wegen Level-Up-Triggern. Ich weiß es gar nicht. War früher immer sehr aktiv da. Dann gar nicht mehr. Dann hat er gesagt, jetzt ist er zurück. Aber irgendwie war er nicht richtig zurück. Und was jetzt mit ihm ist, weiß ich nicht. Samuel Prokop. Würde mich freuen, wenn du Fijaro einen aus der Entwicklung maxen würdest. Geben wir mal Fijaro ein. So. Fijaro. Das heißt, das ist der Kölny. Den haben wir schon gemaxed. Dartignis ist nicht gemaxed. Dartiri ist nicht gemaxed. Wir werden also, weil wir ja aus der Reihe einen nehmen sollen, dieses Dartignis nehmen und maxen. Dann haben wir den ersten Vorschlag von der Community. Machen natürlich auch hier den Level-50-Tag wieder dran. 100% Level-50. Wer jetzt schlau ist, schlägt also unter diesem Video für die nächste Folge vor, Dartiri zu maxen. Denn der ist noch übrig. Ich habe einen Hunder da und ich habe genügend XL. Aber ihr könnt euch auch was Eigenes aussuchen. Vier Vorschläge kommen noch von euch. Cosimun. Ich schlage Gekabor vor. Gucken wir mal rein bei Gekabor. Vier Sterne. Gekabor. Gewaldro ist gemaxed. Reptain. Reptain? Tain ist gemaxed. Gekabor ist nicht gemaxed. Können wir aber maxen. Machen wir jetzt. Ist der zweite Vorschlag aus der Community. Ein Gekabor. 100% Level-50. Warum habe ich jetzt den Stern weggemacht? Ich muss doch hier drücken. So, 1190. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier die Familie also auch voll. Bitte nicht mehr vorschlagen. Drei Vorschläge noch. Baloo sagt Voltilam. Weil Voltilam, das müsste theoretisch auch gehen, oder? Wir haben Ampharos auf 50. Weil ich die Mega-Entwicklung ja sowieso alle, alle, alle die eine Mega-Entwicklung haben und machen können, momentan die verfügbar sind, habe ich ja versucht als Best Buddy 100% Level 50 zu pushen. Warti ist nicht auf 50. Voltilam ist auch nicht auf 50. Weil er Voltilam gesagt hat, werde ich auch jetzt einfach Voltilam nehmen und nicht Warti. Wer schlau ist, könnte Warti vorschlagen und hat damit einen sicheren Punkt. Obwohl es ja keine Punkte gibt. Wir packen das jetzt aber wieder hier rein. Das ist der dritte Vorschlag. Voltilam auf 1120 WP. Okay, zwei Vorschläge können wir doch machen. Aschis, ich liebe Alkohol. So. Frau Wöllner, alles Gute zum 35. Nachträglich. Jetzt vier Wochen kein Bier durchhalten. Ich habe seit dem Geburtstag kein Bier mehr getrunken. Ich habe am Montag bei Chill mit Ramses nach dem Geburtstag auch kein Bier getrunken. Heute ist noch eine Woche später. Da müsste ich eigentlich abends zwei Bier trinken. Aber ich weiß noch nicht. Na doch. Ich muss mich schon vorbereiten auf den Summerslam und auf Hannes. Rückkehr. Deswegen werde ich heute Abend wieder zwei Bier im Stream trinken. Einmal pro Woche geht das schon. So, Timo, mein Wochenende war klasse. Da waren viele tolle Leute in Meiningen. Die Geburtstags-Vlogs-Sachen kommen übrigens am Donnerstag, am Freitag und am Samstag jeweils 20 Uhr als Premiere mit Live-Chat Online auf dem Kanal hier. Wer sich also mal dafür interessiert, wer beim Geburtstag alles dabei war, wer aus der Community alles angereist ist, was wir so gemacht haben am Wochenende, am Geburtstagswochenende, der guckt sich die Vlogs an. Donnerstag, Freitag, Samstag jeweils 20 Uhr, drei Videos. Miku, ich schlage Morabell vor. Geh mal zurück. Gucken mal, wenn wir Moa eingeben. Und haben dann hier. Sumpex ist ja schon fett. Das Pundigama Hydrobi haben wir schon gemacht. Morabell haben wir nicht. Morabell machen wir jetzt. Kommt auf 2008. Und dann wäre diese Reihe auch eigentlich komplett voll. Bräuchte man also nicht mehr vorschlagen. Hydrobi, Familie, Folge Max 2008. Eins, zwei, drei. Vier. Ein oder zwei muss ich noch mal. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Morabell. Voltilam, Gekabor, Fiaro. Eins, zwei, drei, vier. Also ein. Einer fehlt noch. Matti Grote schreibt, bitte einen Flemli. Nehmen wir mal kurz hier rein. Und Flemli, Logok, ist gemaxed auf 50. Jungglut ist gemaxed auf 50. Flemli ist gemaxed auf 50. Passt nicht. Fehlt immer noch eins. Jochen sagt Fucano. Geben wir mal Fucano ein. Akani ist gemaxed. Fucano ist gemaxed. Das heißt, alle weiteren Vorschläge vom Jochen ignorieren wir jetzt. Weil er hat ja schon einen gemacht. Damit auch verschiedene Leute drankommen. können. So, 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 so. Tobias Reuter sagt, Gekabor. Hammer gemacht, diese Folge. Tobias Reuter sagt noch Morabell. Ja, aber Hammer ja gemacht, diese Folge. Deswegen gibt man jetzt Methodos ein. Oder ist das dann unfair? Weil er hat ja einen Vorschlag gemacht, der nicht ging. Ich glaube, um den Jochen zu ärgern, überprüfe ich jetzt Tobias Reuter mit Methodos, ob das funktioniert. Wenn wir nichts mehr übrig haben, dann müssen wir doch unten wieder rein. Also, Zytomega ist fertig. Hier, Methodos ist nicht. Monozyto ist. Das heißt, wir können Methodos maxen auf Level 50, 2282. 523 WP dazu. Damit ist diese Familie auch voll. Und wir haben alle fünf Vorschläge aus der Community verarbeitet. Zum Glück, denn als nächstes hätte Kai was vorgeschlagen, was ich mal als ein Titel-Pokémon brauche. Deswegen durften wir den Tobias Reuter jetzt nicht überspringen. Sonst hätten wir den Kai nehmen müssen. Und so. Ja. Hier steht Kyogre. Kyogre ist auch schon gemaxed. Den Rest ignorieren wir jetzt mal. Danke trotzdem an jeden, der kommentiert hat. Wenn euer Vorschlag jetzt nicht dran war, dann schreibt ihn nochmal unter dieses Video. Wenn ihr dran wart und noch andere Ideen habt, schreibt sie unter dieses Video. Es geht voran. Es geht voran. Irgendwann ist alles max. Alles 50 max. Das ist auf jeden Fall fett. Ja. Dann würde ich sagen, heute Abend sehen wir uns bei Chill mit Ramses. Im Stream ab 20 Uhr. Gucken wieder zusammen ein paar Videos. Haben eine gute Zeit. Und ich freue mich schon, denn der Summer Slam rückt immer näher. Ob ich wieder ein paar Mars-Tastings mit dem Hannes machen kann. Und nach dem Geburtstagswochenende, Vlog-Zeugs, kommen dann auch die ganzen Videos, die ich mit Hannes so gefilmt habe, in der Zeit, als Hannes da war. Da werden einige tolle Sachen auf euch zukommen. Nicht nur mit mir alleine, sondern halt, wo ich dann mit Hannes als Gast zusammen Bier getrunken habe eigentlich. Also, wen das interessiert, der kann sich das angucken. Bis zum nächsten Mal. Peace out forhaut. Euer Ramses.